Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 20 Stürmer-Spieler-Karriere mit Cristiano Ronaldo. Ja Leute, ich bin aus dem Wochenende zurück, da hatte ich noch ein bisschen was zu tun. Ab jetzt geht es so richtig los mit PES. Ja, wobei, es kommt ja auch FIFA raus, da werden beide Spiele parallel laufen. Aber naja, ihr werdet auf jeden Fall einige Videos sehen. In der heutigen Folge werden wir schon rein starten in die Liga. Wir haben das Vorbereitungsturnier letztes Mal abgeschlossen, mehr oder minder erfolgreich. Es ging so. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall in der heutigen Folge zwei Spiele, wie auch sonst immer dann. Und wir fangen an gegen Lazio Rom zu Hause. Ja, ab der heutigen Folge, wenn es denn möglich ist, gibt es mehrere Spielszenen. Sind wir im Juventus-Stadion? Nein, ne? Warum das denn nicht? Da muss ich nochmal gucken. Das check ich jetzt nicht ganz. Wir sind nicht im Original-Iventus-Stadion, was ja eigentlich lizenziert. Wir spielen noch heim, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall wird es ein bisschen mehr vom Spiel zu sehen geben. Denn jetzt geht es so richtig los. Wir haben jetzt heute in der heutigen Folge nicht mehr drei, sondern nur noch zwei Spiele. Und ich habe den Schwierigkeitsgrad übrigens hochgestellt auf Superstar, also auf die höchste Stufe, die aktuell verfügbar ist. Und die Zeit, die Spiellänge noch ein bisschen runtergestellt. Ich hoffe, dass das jetzt alles ganz gut läuft. Und dann müssen wir, wie gesagt, nur nochmal gucken, was da im Stadion schiefgelaufen ist und wie wir das noch ändern können, hoffentlich. Und die erste Möglichkeit. Juventus ist ja allgemein jetzt auch in echt nicht so bekannt für die Mannschaft, die die meisten Tore schießt. Ich werde natürlich ein bisschen dran arbeiten, versuchen das zu ändern. Aber ich bin halt nur ein Spieler. Und die anderen, auf die habe ich keinen Einfluss. Die kann ich nicht steuern. Und deswegen, ja, müssen wir mal gucken, wie das läuft. Ich habe irgendwie gerade so ein bisschen das Gefühl, ich spiele bei Leipzig wegen den Tricos. Das sieht original so aus. Ja, das ist Wahnsinn, wie wenig Chancen hier kreiert werden. Hier unten steht jetzt Supercoppa Italiana. Vielleicht ist das tatsächlich jetzt auch nicht die Serie A, die wir jetzt gerade spielen gegen Lazio. Sondern eben so ein Supercup-Dingens, keine Ahnung. Aber es ist echt schlimm, was hier passiert. Also ich bin noch zu gar keinem... Ich weiß nicht, ob ich den Ball überhaupt hatte. Keine Ahnung. Also es ist ganz schlimm, echt. Ich bin ein bisschen hier am Decken. Gar nicht so am Pressing, weil das meine Fitness extrem raubt. Aber ja, es ist echt schlimm, was da nach vorne geht. Nämlich ziemlich nix. Oh. Mega Chance für die Gegner jetzt mal. Nach einer langen, langen Zeit gar nix. Äh, ja. Zum Glück hat er gehalten. Der erste Ball, der jetzt so richtig zu mir kommt wahrscheinlich. Die Bälle werden auch einfach so willkür nach vorne geschlagen. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit. Erster Schuss von Juventus. Das gibt's nicht. Bernadeschi. Oder Deschi. Oder was auch immer. Erster Schuss von Juventus überhaupt. Hoffentlich finde ich da eine coole Tor-Eumne von denen. Weil bei manchen Mannschaften findet man einfach keine Tor-Eumne. Ich glaube, ich finde eine. Oh Mann, ey. Wahnsinn. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Tor-Beteiligung. Wir haben den Ball nämlich vorgelegt. Zum 1 zu 0. Weiß nicht, ob das verdient ist. Oder weiß nicht, ob ich das jetzt so toll finden soll. Auf jeden Fall stellen wir eine Stufe. Er stellt der Trainer wieder zurück. Schauen wir mal, wie es jetzt dann noch läuft. Die letzten paar Minuten. Ob wir vielleicht nochmal einen Angriff bekommen. Naja, das läuft alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich auch nicht, wie der Trainer sich das vorstelle. Das war ein bisschen mies jetzt. Boah, dass er da keine Karte gibt. Crazy. Jetzt, come on. Cristiano Ronaldo bringt die Flanke nicht gut in die Mitte. Habe ich nicht so gut gemacht. Also das mit der Flanke halt. Aber gut. Mir gelingt halt auch nicht alles. Definitiv nicht. Der Kopfball, den kriegen wir schon ein bisschen besser. Aber das ist auch keine große Aufgabe für den Keeper. Ja, da sind wir auch hinten am Start. Und können da den Ball erstmal abwehren. Der Pass war... Ja, war gut. Passt. Also nicht beschwerend. Vielleicht nochmal einen Angriff nach vorne. Vielleicht lässt er Schi nochmal laufen. Der Pass war aber auch wieder ziemlich willkürlich reingespielt. Aber was war das denn für eine Abwehraktion? Hier von dem Verteidiger. Und was war das? Eine Aktion von Dybala. Ey, das kann nicht sein, dass die den Ball da nicht schön reinspielen können. Dann kommen wir jetzt. Wir schießen einfach mal. Das war auch scheiße. Es läuft nicht so, wie ich das mir wünsche. Aber 1 zu 0. Und sie freuen sich, als wäre es tatsächlich hier. Super Coppa-Pokal. Also anscheinend haben wir jetzt einen Pokal gewonnen. 1 zu 0. Vielleicht lag es das wegen Lagern, dass wir nicht im Originalstadion gespielt haben. Ja, ich habe ein Tor vorgeheitet. Und sonst, ja, war es so eine schleppende Partie. Ziemlich langweilig. Ich weiß gar nicht, was ich da alles reinschneiden soll. Aber wir haben auf jeden Fall die Supercoppa Italiana gewonnen. Und auf der Endstatistik würde man sagen, es geht in Ordnung. Ja, wir wurden auch für den Kader von Portugal natürlich wieder nominiert und sind sogar Star des Vereins. Da müssen wir den Verein auch stolz machen. So, und jetzt starten wir dann aber wirklich rein in die Serie A. Jetzt geht es dann wirklich los. Und hoffentlich dann auch im richtigen Stadion. So, jetzt sind wir richtig, Leute. Ich habe schon gedacht, da ist irgendwas schief gelaufen. Hier, jetzt sind wir richtig im Allianz-Stadion Juventus bei der alten Dame. Und ich bin gespannt, wie dieses erste Saisonspiel dann jetzt vonstatten geht. Hoffentlich genauso gut, wie der Pokal-Vorbereitung war. Also, naja, mal gucken. Pokal war jetzt auch nicht mega. Also, eigentlich hoffe ich, dass es noch viel besser läuft. Oh Gott, die Trikots sind ja richtig hieselig. Also, es ist okay, wenn man nur einen Spieler spielt. Aber wenn ich mit der ganzen Mannschaft gespielt hätte, wäre es auf jeden Fall nicht so cool gewesen. Ja, wir haben aber auf jeden Fall direkt am Anfang Ballkontakt. Das ist auf jeden Fall auch schon mal wichtig. Und, oh! Das wäre eine gute erste Chance gewesen. Aber jetzt gibt es den Eckball und der wird hoffentlich ziemlich gefährlich. Schauen wir mal, was der draußen macht. Ja, ich stehe eigentlich eher auf normale Ecken, nicht auf kurze. Aber aus dem Netz. Wir sind auf jeden Fall zum Schluss gekommen. Hier stellen jetzt beide Trainer auf defensiv. Die erste Stufe. Läuft auf jeden Fall. Komm jetzt, renn hin. Oben bin ich, oben bin ich. Oh Gott. Aber jetzt bin ich immer noch in der Mitte. Komm, komm, komm. Die schlafen mir. Also, Juventus schläft mir viel zu lange. Das hat jetzt die Chance vorbei. Die haben es so verkackt wieder. Manzuckisch hätte erstens nach oben spielen können. Direkt zu mir wäre ich frei gewesen. Und wenn nicht, dann hätte der andere direkt spielen können müssen. Boah, was war das denn? Boah, jetzt sind wir schon wieder am Mitlaufen. Jetzt spielt er direkt. Natürlich, ja. Alles klar. Auf jeden Fall, das habe ich glaube ich am Anfang nicht gesagt. Bei der Trainerkehre-Folge um vorbeischauen. Und das ist ganz wichtig. Boah, das kann nicht sein. Wir holen uns den Ball. Und jetzt müssen wir die Flanke gut bringen. Jetzt werden auch wir gelegt. Ah, wenn so zu lang war, das ist es nicht gut. Es gibt aber auf jeden Fall die gelbe Karte. Mein Bank noch auf jeden Fall zu Recht zweimal das Foul. Und hier unser Foul wird gepfiffen. Das heißt, es gibt jetzt eine gute Freistoßposition. Wenn der denn jetzt gut reinflankt, dann könnte das was werden, aber das war nichts. Gut. 0-0 zur Halbzeit. Ich bin viel gegangen. Ich habe viel probiert, aber nicht vielen bekommen. Boah, das war doch schon mal besser. Manzuckisch. Der erste Chance in der 50. Minute für die zweite Hälfte war echt nicht schlecht. Also hier mit dem Hackenpass hätten wir auch wieder vorgelegt. Und der Schuss war ordentlich. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn, wie wenig passiert. Ich weiß echt gar nicht, was ich reinschneiden soll. Fitness lässt so langsam nach. Superstar ist auch nicht einfach, der Schwierigkeitsgarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Die KI, die verliert die Bälle immer wieder. Das hat sie aber auch schon auf einer anderen Schwierigkeitsstufe getan. Aber ich verliere sie jetzt auch deutlich öfter, die Bälle. Das ist halt, weil es halt Superstar ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das hier gerade sieht, wie ich den auf Mandzukic da reingespielt habe. Also wenn er den annimmt und nicht direkt köpft. Vor allem köpft nicht. Dann wäre das auf jeden Fall ganz, ganz gefährlich geworden. Ja, haben wir nochmal einen Schuss abgesetzt. 0 zu 0 im ersten Saisonspiel. Nicht ganz zufriedenstellen. Definitiv nicht. Ich hoffe, dass das nächste Folge besser läuft. Auch was Tore angeht. Schauen wir einfach mal weiter. Und dann würde ich sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir den Druck da. Outro geheim. Bis dahin. Und ciao, ciao. Outro geheim. Outro geheim.